Klaus Topmüller der Fußballabend schon gelaufen. Ein schnell ausgeführter Freistoß überraschte seine Abwehr. Everton hatte es so leicht wie nie, seinen 10. Saisontreffer zu erzielen. Die entscheidende Vorarbeit aber hatte Koller geleistet, der den Ball passieren ließ. Dortmunds 1-0-Führung konnte auch Butt nicht verhindern. Topmüller nahm sie gelassener hin als sein Mittelfeldspieler Basstürk. Der sah für dieses Foul an Everton rot. Nach 6 Minuten hatte Leverkusen sich selbst besiegt. Für Topmüller und für die 67.000 im Westfalenstadion war der nächste Treffer nur eine Frage der Zeit. In der 26. Minute war die Leverkusener Abwehr wieder nicht im Bilde. Koller gelangt das 2-0. Leverkusens Führungsetage ratlos. Die Dortmunder versäumten es allerdings in der zweiten Hälfte, wie hier Koller, die Führung auszubauen, weil sie einen Gang zurückschalteten. So blieb es beim 2-0. Für Topmüller aber wird die Lage immer kritischer, während der BVB sich weiterhin als Bayernjäger fühlt.